Die Kanzleistraße in Reutlingen ist fertig umgestaltet. Zwölf Wochen und rund 590.000 Euro hat der Umbau gekostet. Oberbürgermeisterin Barbara Bosch eröffnete die in frischem Glanz erstrahlende Straße neben dem Rathaus. Zur Feier pflanzte sie Elfenblumen, die das Gesamtbild in Kombination mit den neuen Sitzbänken und Bäumen abrunden sollen. Sie tragen gelbe Blüten und da die Farbe Gelb das Gedeihen des Lebendigen symbolisiert, wird der Bereich ums Rathaus mit der Einweihung bestimmt noch belebter.